Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Psychonauts. Äh, äh, sorry. Ich spiel mal. Weiter! Äh, wo waren wir noch mal stehen geblieben? Nicht hier. Oder doch? Ich war hier drin, hab das... Ah, doch, ja. Nee, hier. Komisch, wieso der das komisch so komisch gesaved hat. Aber egal, dann kann ich den Fight eben noch mal machen. No problemo! Ich muss nur strafen, quasi. Immer in Bewegung bleiben. Was ist denn hier los, ey? Was sind das für Dinger? Die explodieren, die explodieren. Muss ich die jetzt alle aktivieren, oder was? Was ist denn jetzt los? Ah, nein! Moment! Ich muss bestimmt... ...mit Telekinese arbeiten. ...bisschen mit Telekinese arbeiten. Ja, nice. Cool. Das war's schon. Ich arbeite beim Straßenbau. Ab in den Riss. Aha. Aber was sollte das... ...darstellen? Aber was für Items habe ich jetzt neu? Ähm, ich hab die... ...den Pömpel. Okay. Das Schild brauche ich aber als nächstes. Ich arbeite beim Straßenbau. Das ist mein Stoppschild. Wo musste ich noch mal hin? Ähm... Da war der Friedhof. Äh... Ich muss... ...zu den Abwasser läuten. Es geht am besten hier so. Da ist ja sogar noch... ...ein Druckbild auf dem Dach. Kann auch nicht wahr sein hier. Ich bewässere dich. Ja, ist okay. Ist mir egal, was du machst. So, Pömpel. Wie heißt der? Ja, das heißt sogar. Ich arbeite in den Kanälen. Hallo, Kanalarbeiter. Haben wir uns nicht beim Gewerkschaftstreffen gesehen? Nee. Hey, ich bin... ...runtergefallen. Sie haben Freddy. Armer Freddy. Er war ein so guter Geheimagent. Auftragskiller, meine ich. Wer schießt auf uns? Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Oha. 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 Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Pass auf, Killerkollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Ja, und jetzt? Pass auf, Killerkollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Verstehe ich nicht. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Ich schieße gern auf, Leute. Pass auf, Killerkollege. Oh. Ja, was muss ich denn hier machen, ey? Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Meine Aufgabe ist, dass... Pass auf, Killerkollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Renn. Renn doch. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Manchmal arbeite ich für die Regierung. Man findet mich auf Hausdächern, in Kirchtürmen oder Bücher lagern. Man findet mich auf Hausdächern, in Kirchtürmen oder Bücher lagern. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Beim feuernden Wind sind Feinabstimmungen nötig. Meine Motive sind nur mir selbst klar. Pass auf, Killerkollege. Oh. Ja, geil. Eigentlich. Ich tötte nicht aus Leidenschaft, sondern für Geld. Stopp. Das ist Spargel. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Also von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Pass auf, Killerkollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Alles fake. Alles fake. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Was muss ich denn hier machen? Das braucht keiner zu wissen. Meine Aufgabe ist es, wichtige Personen zu bringen. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Pass auf, Killerkollege. Das braucht keiner zu wissen. Sieht ganz echt aus. Pass auf, Killerkollege. Pass auf, Killerkollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Pass auf, Killerkollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Ja, aber das war's. Ähm. Nein. Das nehme ich nicht so hin. Nein. Nein. Einfach nein. Wir wissen, wie man da vorbeikommt. Ups. What? Ah, dieser Pfeil läuft noch beschissener, ey. Wir wissen, wie man da vorbeikommt. 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 Komm, stirb. Ja, ich hab jetzt nicht mehr so viel Leben, ey. Jetzt verschwinde ich durch den Riss im Zeitraum-Kontinuum. So, Pümpel-Männer. So, jetzt bin ich wieder genau da, wo ich vorhin war. Auftragskiller. Nur halt in zwei Minuten, statt in sieben. Statt... Ja, was soll ich hier machen? Was haben die jetzt in der Hand? Ein Telefon. Ins Bücherlager gelangen. Wie soll ich denn da rein? Unter Bäumen kann ich mich nicht verstecken. Doch, tatsächlich. Nee. Ah. Ins Bücherlager gelangen. Geil, ey. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Wie mach ich das? Pass auf, Killer-Kollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Jo. Ich speichere hier. Wieso bin ich nicht vorher schon drauf gekommen? Also, man kann... Also, man kann... Ups. Laden. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Turmen oder Bücher lagern. Pass auf, Killer-Kollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Pass auf, Killer-Kollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Ja, geil, ey. Nee, ich probiere es ein paar Mal aus und dann lade ich es. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Wie? Kann ich da vorbei? Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Warum hast du das nicht mal hier drin, du taffer Typ? Moment. Das ist doch irgendwas mit der... ...Hellsehen-Dingens. Meine Motive sind nur mir selbst klar. Ich bin Auftragskiller. Hm, gar nichts. Ich muss zu weit weg sein oder so. Hm, gar nichts. Manchmal arbeite ich nicht vieler. Pass auf, Killer-Kollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Pass auf, Killer-Kollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Pass auf, Killer-Kollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Pass auf, Killer-Kollege. Ich verstehe es nicht. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Was habe ich denn hier noch zur Auswahl? Pass auf, Killer-Kollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Ich könnte da durchrushen. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Oh. Laden. Komm, bisschen schneller. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Mann, also auf, Killer-Kollege. Wieso? Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Ich bin Auftragskiller. Dies ist mein Gewehr. Oh. Das ist doch blöd. Komm ich. removing lustig. Also ob ich mich schaffe. Wenn ichuche. Ja. Ja. Moment, vielleicht schießt er nicht auf mich? Er schießt trotzdem auf mich. Geil. Jo, ich hab's aber fast geschafft. Wenn der irgendwo ganz rechts ist, der Strahl. Ja. Ich bin fast da angekommen. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Pass auf, Killerkollege. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Ach. Nein. Jetzt hab ich's. Wieso bin ich nicht früher drauf gekommen? So. Ihr wisst doch. Zack. Ihr Schlampen. Ja, Mann. Ups. Ich bin zu faul, um jetzt noch das nochmal neu zu laden. Auf mich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Von dem Turm da erscheint jemand auf uns zu schießen. Ja, Mann. Hups. Feuern im Wind sind Feinabstimmungen nötig. Ja, Mann. Ich hab's geschafft. Hab sie. Oh, yeah. Jetzt bin ich in der Bücherei. Nach einer Viertelstunde hab ich's also endlich mal geschafft. Alleine. Ohne in YouTube nachzuschauen. Nicht näher kommen. Ich werde nie verraten, wo der Milchmann steckt. Niemals. Okay. Lass uns in Ruhe darüber reden. Ah. Wo ist der Milchmann? Wer ist der Milchmann? Oh, oh. Sie explodiert. Welche Aufgabe hat der Milchmann? Komm. Kommen Sie näher. Und. Ich sag's Ihnen. Oh, oh. Zum Glück hab ich sowas nie gekauft. Oh, yeah. Der Blick von hier oben ist schön. Aber ich sehe noch nicht genug. Ich muss noch höher kommen. Ganz hoch. Als ob ich fliegen würde. Ich hab's. Vielleicht gibt's hier ja Stelzen. Nee, aber Hubschrauber. Halt, bitte landen Sie und lassen Sie mich rein. Ich will den Ausblick von da oben genießen. Hey, ihr da im Hubschrauber. Ich habe... Ach, das... Halt, bitte landen Sie und lassen Sie mich rein. Ich will den Ausblick von da oben genießen. Hey. Halt, bitte landen Sie und lassen Sie mich rein. Ich will den Ausblick von da oben genießen. Halt, bitte landen Sie und lassen Sie mich rein. Ich will den Ausblick von da oben genießen. Ich verstehe es nicht. Was kann ich denn mit dem Helm machen? Was steht denn da? Helikopterhelm? Halt, bitte landen Sie und lassen Sie mich rein. Ich will den Ausblick von da oben genießen. Ach, fuck. Moment, ich muss gar nicht einsteigen. Bin ich blöd. Ich kann den ja einfach observieren. So, dafür brauche ich Skills. Da. Mal schauen, was es hier zu sehen gibt. Ich fliege gern im Hubschrauber. Wir suchen nach dem Milchmann. Ja, ist ja okay. Wir wissen nicht, wo er ist. Hubschrauber gehen hoch und runter. Mann, sind die doof. Moment mal, was ist das? Ich wette, das ist er. Der Milchmann? Der Milchmann. Oh, ja. Hubschrauber fliegen auch seitwärts, aber nicht so schnell wie Flugzeuge. Er ist auf der abgelegenen Insel da drüben. Ganz viele Telefone. Was ist das für ein Geräusch? Ach, da ist der Hörer. Ja. Wer ist der Milchmann? Boyd, bist du das? Ich glaube, ich habe den Milchmann gefunden. Keine Ahnung, wovor du sprichst. Wer soll das sein? Okay. Ich nenne dich von nun an nicht mehr Boyd, sondern Freud, weil du eine echte Fehlleistung bist. Falls du eine Frau siehst, die mit Keksen schmeißt, hau bloß ab. Äh, ja. Ich muss die Telefonleitungen entlang. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Manchmal arbeite ich für die Regierung. Manchmal? Ich bin Auftragskiller. Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Ach, nö. Okay. Yo. 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 Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Was für ein Turm, Mann. Oh. Oh. Scheiße. Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Meine Motive sind... Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Das Monteur. Komm, arbeite mit uns an den Leitungen. Mach ich doch. Leib. Ab geht der Leitungsmonteur. Leib. 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 auf einer seite ist es sicherer dann bekomme ich halt nicht alle druckbilder ist mir aber egal ich habe diesen abschnitt übrigens anscheinend schon fast geschafft hier sind schon langsam welche kleinen milchmann dinge milchflaschen sind hier schon so zwischendurch da zum beispiel eine saft ist es auf jeden fall keine ahnung was es ist aber es ist auf jeden fall saft also irgendeine flüssigkeit vielleicht auch bullensperma oder so was denn aha was mache ich denn jetzt moment klingeln streich ich muss zu weit weg sein oder so okay ich bin ja geil was muss ich denn hier jetzt machen das ist so blöd was muss ich denn hier schon wieder machen ich bin gleich da Ich bin gleich... Einen... Einen Moment! Hoffentlich nicht wieder dieser eklige Typ. Wer ist da? Hallo? Ah! Ich bin gleich da. Hoffentlich nicht wieder dieser eklige Typ. Wer ist da? Hallo? Ah! Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Komme schon! Hoffentlich nicht wieder dieser eklige Typ. Wer ist da? Sie sieht mich nicht. Hallo? Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Meine Güte! Hoffentlich ist diesmal einer da. Wer ist da? Hallo? Ich verstehe es nicht. Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Ja und? Was bringt mir das jetzt? Dass du ein geübter Leitungsmonteur bist? Was haben wir denn hier zur Auswahl? Wir haben ein... Wolle. Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Wolle. Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Meine Güte, hoffentlich ist diesmal einer da. Wer ist da? Hallo? Ah! Bin gleich da. Hoffentlich nicht wieder dieser eklige Typ. Ah! Ah, jetzt muss ich das erstmal aufladen. Einen Moment! Hoffentlich nicht wieder dieser eklige Typ. Wer ist da? Hallo? Aha! Oh ja! Oh Hallöchen! Du bist gekommen, um deinen Konfekt zu bezahlen. Wir wussten es. Willst du nicht auch den Schwur der Regenbogenzwerge ablegen? Die Freundlichkeit fördern. Die Welt schöner machen. Die Süßigkeiten mit allen Teilen. Die wahre Natur des Milchmanns verwahrt. Aha. Den Milchmann um jeden Preis schützen. Oh oh. Das Finale rollt an. Oh shit. Ein dickes, fettes Finale. Die Milchmann hat sie hergebracht. Alle vernichten, die dem Milchmann Böses tun. Oder sein geheimes Ziel offenbaren wollen. Der Hinten nötet. Schützt. Die Milch. Komm dir nicht da! Die Milch ist nicht bereit. Und du bist nicht bereit für die Milch! Und du bist nicht bereit für die Milchmannswerge. Oha. Jetzt muss ich ganz viele... What? Komisch, wo bin ich denn gelandet? Du solltest mir doch nicht folgen. Jetzt musst du sterben. Aber... Sollt an meinen Regenbogenzwang! Oha. Konfekt für dich! Keine Milch für dich! Das Auge Gottes! Stirrt! Ha! Das Auge Gottes! Da! Da! Help! Keksegefällig! Sterrt! Keine Milch für dich! Hi! Ja! Die Schafel gibt's gratis! Wahahahahahaha! Was ist denn? Hier. Keine Milch für dich! Kann mich nicht gut festhalten. What the fuck? Keine Milch für dich! Keine Milch für... Oh oh! Help! Hey! Ja! Pfierf! Keksegefällig! Keine Milch für dich! Ich! Wahahahaha! Die Schafel! Genug! Jetzt kratze ich dir die Augen aus! Ha! Wie denn? Genau deshalb trage ich ja die Brille. Schön! Dann mache ich eben das! Hoffentlich kannst du im Dunkeln sehen! Ich kann das nämlich! Hahaha! Aha! Hi! Was ist das? Keine Milch für dich! Ha! 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 Verstehe ich nicht! ARD Text im Auftrag von Funk